Vitamin B12 ist ein absolut essentieller Nährstoff für unseren Körper. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung roter Blutkörperchen, unterstützt die normale Funktion des Nervensystems und ist an der DNA-Synthese beteiligt. Wenn du zu den Menschen gehörst, die ihren Vitamin-B12-Spiegel auf natürliche Weise erhöhen möchten, dann bist du hier genau richtig. Denn heute zeigen wir dir 5 Lebensmittel, die reich an Vitamin B12 sind. Nummer 1 – Leber und Innereien Leber und andere Innereien sind einige der besten Vitamin-B12-Quellen, die du finden kannst. Insbesondere Rinderleber ist extrem reich an diesem wichtigen Vitamin. Aber Vorsicht! Innereien sind auch reich an Cholesterin, daher solltest du sie in Maßen genießen. Nummer 2 – Fisch Fisch ist eine hervorragende Quelle für Vitamin B12, insbesondere fetter Seefisch wie Lachs und Thunfisch. Aber auch Muscheln und Krustentiere sind reich an Vitamin B12. Also, wenn du Meeresfrüchte liebst, hast du Glück. Nummer 3 – Fleisch und Geflügel Fleisch ist generell eine gute Quelle für Vitamin B12, insbesondere Rind- und Hühnerfleisch. Wenn du also Fleisch in deiner Ernährung hast, ist es ziemlich einfach genug, Vitamin B12 zu bekommen. Nummer 4 – Eier Eier sind nicht nur eine gute Quelle für Protein, sondern auch für Vitamin B12. Vor allem das Eigelb ist reich an diesem Vitamin. Also, ob du sie gekocht, gebraten oder als Omelette magst, Eier sind eine tolle Möglichkeit, deinen Vitamin B12-Spiegel zu erhöhen. Nummer 5 – Milchprodukte Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse sind ebenfalls gute Quellen für Vitamin B12. Und das Beste daran ist, dass es so viele verschiedene Arten von Milchprodukten gibt, dass du sicherlich etwas finden wirst, das dir schmeckt. Jetzt kennst du 5 Lebensmittel, die dir helfen können, deinen Vitamin B12-Spiegel zu erhöhen. Aber denk daran, eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einer guten Gesundheit. Also versuche eine Vielzahl von Lebensmitteln zu essen, um sicherzustellen, dass du alle notwendigen Nährstoffe bekommst. Was denkst du über diese Lebensmittel? Hast du andere Tipps, um mehr Vitamin B12 zu bekommen? Teile sie mit uns in den Kommentaren. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine unserer zukünftigen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!